Jo Leute! Wieso sag ich eigentlich Jo Leute? Weiß ich schon nicht. Und damit bekommst du den Rücksitz-Bug-Challenge. Und zu den Äh-Äh. Verschwende immer viel zu viel Zeit dabei, irgendwie scheiße zu labern. Da bin ich ja meist schon drinnen, wenn du scheiße laberst. Jo, und ich bin schon wieder am Angeln. Angeln, Angeln, Angeln. Hie, hie, hie. Hund, wo wird's, Shane? Hund! Hund bleib hier. Immer noch so nem dummen Clownfisch brauche ich. Das ist echt das letzte Ding was ich davon brauche. Äh, ätzend! Jetzt sind wir vier Kugelfische, sechs große Lachse, und ne normale Fische. Sei froh, ich stehe grad hier ums Fleischbrennen. Ja. Mach ich. nur ein knallfleisch. nein. ja. hauptsache ich habe genug fleische unterwegs. oh der flash hat einen knallfleisch. oder flash hat einen knallfleisch. nein. und ich habe einen knallfleisch geangelt. oh mein gott. du arschgeige. cool. nein. ich habe ihn mit zweimal geangelt. nicht cool. doch cool. nein nicht cool. doch cool. nein. die skelette. ouch. boah komm. was fällt dir ein. ey bring bitte centus um. bitte. nein. nein meine gummi. meine gummi sind weg. sind alle. sie haben mich verlassen. was du frisst gummi? ja. mit noppen. ja glaube ich dir. echt. oh ist so dunkel. ich bin ganz schnell zurück. weil es dunkel ist. und ich habe kein bett dabei. jawohl. boah du weißt du musst den clownfleisch zu hause haben. ich weiß. boah kannst du bitte jetzt sterben dann. was meinst wieso ich jetzt wegrenne. kannst du bitte sterben einmal. nein nein. ich sterbe schon nicht. und dann so creeper. boah. nö. die küwer fliegen ja weg. oh ich könnte auch mal schlafen gehen. weil ich dann mit rückstoß hab. egal. weißt du das gemein ist? hm. so. der futtert ist von aufnahme. ich glaub's ja nicht. was denn. ich muss warten bis das essen fertig ist. ja. 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 wird außen wie ein juckt. mann mann mann. egal. dann kannst du ja deinen zuschauern sagen die können auch zu lange laufen lassen und einfach was zu essen holen. hm. hm. da passiert ja nichts. ja. habt ihr gehört? dann geht mal erst vor. guten hunger. hm. hm. ne. ich stehe jetzt schon knapp die knapp drei minuten nur an den öfen und hole jetzt mein ganzes futter hier raus. ja. ich hab ja schon fünf öfen. ähm. dauert nun mal. eigentlich. oh. monster in ihrer nähe. ja toll. naja. die 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 ist fast fertig findest du da kann ich noch 8 rausnehmen du spinne echt kannst du da mal weitermachen bitte kommen schon ich hab was ich jetzt machen wollte schon mal zu den koordinaten zu den gescheiteten ender portal koordinaten ja 5 minuten gleich sinnlos am ofen umstehen hallo das war das war weil du dein pc nicht richtig eingestellt oder minecraft dann hat es geleckt und der chunk wurde nicht geladen jetzt hast du ein gescheitetes ender portal nein das ist gescheitert muss das neun muss ein neues suchen nein das ist voll gemein finde ich da mache ich gleich auch danke machst du schon die ganze zeit danke für dein mitleid gebe ich dir gerne nicht so weiter geht's und die achja aber das mit dem clown fisch ging ganz schön schnell ist auch nicht viel clown fisch endlich jetzt hast du nur noch vier ziele ja oh da ist ja noch ein creeper wo kommst du denn her einfach vom baum oh der ist aber geflogen eben ich hab ihn gekickt und ist dagegen ein baum geflogen und dann nimmst du ihn in die ecke rein weißt du was lustiger wäre zwei creeper kommen der eine sprengt da eine truhe wo die sachen drin sind und der zweite zerstört die items ich bin doch gar nicht im haus gewesen ach so schade es wäre lustig gewesen für dich ist alles lustig was mir schaden zufügt ja oh mein hund der ist weg ich find auch alles lustig wenn du ihn nur abkratzt ne doch so centus du weißt ich mein angebot steht immer noch bei 15.000 blöcken kein dschungel projekt zu ende ja ja das ist echt ein dachschaden ehrlich ey komm ich fahr grad schon im schiff über so weites meer Eine Seepfer die ist lustig, eine Seepfer die ist toll, hola die, hola hol, hola hol. Du hast nen Schaden, du hast nen Schaden, du hast nen Schaden. Ach, ist das hier nur ne Insel? Eine Insel mit zwei Bergen. Eine Insel mit zwei Bergen und dem Lummerland. Errungenschaft erzielt Schmiedekonzen, willst du mich verarschen? Schon wieder Erfolge nicht gespeichert. Nein, das ist echt merkwürdig. Ich brauch doch nur eine Mieze Katz, eine Mieze Katz, eine Mieze Katz. Eine Mieze Fratz, eine Mieze Katz, Fratz, 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 Fratz. Der Flash spinnt, der Flash spinnt. Ne, der Flash ist grad der Seemann. Ah ihr Kap... Arrgh, hier spricht euer Kapitän des einzelnen Schiffsmannen. Es fehlen eigentlich noch so Tauben in Minecraft, die die ganze Zeit nerven. die ganze Zeit auf der Kante sitzt und immer rrrr. 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 Lalalalalala, lalalalalala, lalalalalala. Oh, schon wieder eine Insel, yay! Blue, nur der Flash im Mond schau zu! Nicht! Lalalalalalalala, lalalalalala, lalalalalala. Weil ich glaube ne falsche Einstellung bei den Maps habe. Finde ich keinen Dschungel. Der Flash spinnt und hat keinen Schuh. 10.000 Blöcke, wir nähern uns in dem Ziel von 15.000 Blöcke. Haben wir noch irgendwo Fackeln? Mal schauen. Kann ich dir... soll ich dir einen reinhauen? Dann Fackels auch. Aha. Oder steck dir doch nen Stock ins Auge, dann brennt der auch. Ne, dein Auge. Ich bin lustig. Okay. Nicht. Ich dachte ich könnte in der Comedy Show auftreten. Ne, das konntest du noch nie. Okay. Hast recht. Okay, hast recht. Okay. War ich nicht. Boah, ist das nervig, ey. Was denn? Rumzufahren. Neun Minuten rumzufahren. Yay. Was ist nervig? Ich bin grad mit nem Boot unterwegs. Ja. Yay, 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 yay. Yay, 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 ja. Hey, hey, I feel my good. I feel my good. Wie, mein Boot ist kaputt gegangen? Ha, ha. Wie? Ich hab glaube ich noch nicht mal Holz mit. Wie ist das denn jetzt kaputt gegangen? Ich glaube du hast zu viel rumgequatscht dem. Oder geht das auch irgendwann kaputt einfach so? Ne, eigentlich nicht. Bin ich grad blöd? Ich finde grad den Höheneingang hier hinten nicht mehr. Ich weiß, dass du blöd bist, aber das musst du mir ja nicht wiederholen. Ach, sei still. Ach, da war er. Bin nur zweitens zu kurz gerannt. So, komm, wir nehmen das hier noch mit und dann ist jetzt... Ich muss weiter. Oh, nee. Weiter geht's mit dem Boot. Was ist das denn? Joa, drei Ender meiner. Wieso nicht? Klatsche kaputt. Mit Looting. Hey, ich hab den gar nicht angeguckt und der greift mich an. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Cut, yes, 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 yes. Ich weiß nun aber irgendwie. Aha. Autsch. Aha, tot. Autsch. Brains. 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 Sumpf. Numpf, Sumpf. Numpf. Sumpf. Ich glaub, die Elmer-Männer sind weg. Oh ja. Wow, wieder Festland. Und wieder kein Dschungel in der Nähe. Ja, ich bin doch begeistert. Ich find's lustig. Nein. Ich ja. Ich find es kein Stück lustig. Doch, ich finde auch alles lustig, was dir passiert. aber ich hab kein hund mehr nein meine hoffnung kann sein dass ja das ist heute nicht mein aufnahmetag wenn es gut klappt dann ist es nicht dein aufnahmetag ach so ja dann ist es ja mein aufnahmetag du verwirrst mich guck nein du verwirrst mich du bobs mich klar nein lavasee da will ich nicht reinfallen schon wieder kein dschungel mr lover lover and peaceful in peaceful modus was was pissvoll pissvoll modus man 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 nein ich sehe jetzt schon wieder dieses kack biome ich sehe schon wieder dieses kack biome das ist doch nicht euer ernst bin ich in die falsche richtung geradeaus gelaufen oder was ja bist du schlecht ehrlich was soll der miss na das geht ja kein zu ne kühe gibt es glaube ich auch irgendwie nicht hier ich hab noch kein auch doch das ist unfair du sprichst von kühen da kommt erst mal zwei kühe um ecke geschossen sprich mal eben von dschungel bitte ja dann kriegst du keinen dschungel brauchst du auch nicht doch nein pass auf das ist das letzte ziel was ich machen kann ich hab die credits schon durchgelesen da kommt erst das mit den tieren ey da kriegst du ja doch einen rappel kann ich mir voll gut vorstellen dass was passiert man kennt ja sein glück ja mein glück steht auf 99,99% nur aus pech ja toll esel die würde ich gerne mitnehmen aber ich laufe jetzt nicht bei pech glück wo ist mein bett wo ist mein bett na toll ich hab mein bett nicht mitgenommen oh schlecht ey geil kannst du doch neues bauen äh ja mh äh ja wolle ja da wolle ich hin ouch ja wolle und ich sind gerade irgendwie gute Freunde geworden wolle 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 rose kaufen nö 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 wolle wolle rose kaufen wohl ne rose aber nicht für dich wolle unterhose kaufen wolle du unterhose kaufen oder was hundis hundis ja hundis cool hundis komm mit hundis und ich hab voll lange gewohnt dafür hundis zu finden spider spider man spider man spiderschwein spider schwein flash ins spider schwein einfach weiterlaufen einfach weiterlaufen tj was ist das für ne hessige kleine kackhöhle? echt ein mini poni ein poni ein poni ein creeper so wie ein johnny poni das war endermann wir würden mal sagen dann bis zum nächsten mal bei spark-challenge tschüss